In einer verstaubten Ecke der umfangreichen Bibliothek des alten Astronomen, wo sich das Wissen der Zeiten in den Regalen drängte und der Geruch von altem Papier und Tinte die Luft erfüllte, entdeckten Lila und Lenny eine Sternenkarte. Sie war ein Meisterwerk der Himmelskunde, eine lebendige Darstellung des nächtlichen Firmamens, deren Sterne auf dem Pergament zu funkeln schienen. Mit der Karte in ihren Pfoten spürten Lila und Lenny, dass ein Abenteuer, so weit und tief wie das Universum selbst, vor ihnen lag. Die Karte verhieß einen Pfad, der weniger ein Weg auf Erden, als vielmehr ein Wegweiser durch die Sternen besäte Unendlichkeit war, den Pfad der Sterne, der laut Legende zu einem verborgenen Wissen führen sollte, so alt wie die Zeit selbst. Als der Astronom, ein Mann mit tiefliegenden Augen, die das Glitzern ferner Galaxien zu spiegeln schienen, ihnen von der Sternenkarte erzählte, lauschten Lila und Lenny gebannt. Der Astronom sprach von einer Epoche, in der die Menschen die Sterne nicht nur beobachteten, sondern auch auf ihren Pfaden wandelten, einem Wissen folgend, das heute fast vergessen war. Lila, die in ihrem Herzen das Feuer der Neugier trug, und Lenny, dessen scharfer Verstand stets nach Erklärungen suchte, fühlten, dass das Vermächtnis des Himmels in ihren Händen lag. Sie beschlossen, die Geheimnisse zu ergründen, die in den alten Mustern der Sterne versteckt waren. Unter dem schützenden Dach des alten Observatoriums, das sich wie eine stille Warte über der Bibliothek erhob, richteten Lila und Lenny das große, alte Teleskop gen Himmel. Die Sterne entfalteten sich vor ihren Augen in einer Pracht, die weit über das bloße Funkeln hinausging, es war eine Offenbarung der kosmischen Schönheit. Sie lernten die Sternbilder und die Geschichten, die sie erzählten, und fühlten sich Nacht für Nacht mehr mit dem Universum verbunden. Jede Konstellation war ein Kapitel in einem Buch, das sie Seite für Seite zu entziffern suchten. Doch eines Nachts, als sie den Himmel nach einem besonders wichtigen Sternbild absuchten, das der Astronom als Schlüssel zum Pfad der Sterne bezeichnet hatte, standen sie vor einem Rätsel. Die Sterne, die das Bild hätten formen sollen, waren verschwunden. Das Unmögliche war geschehen, ein Teil des Himmels schien ausgelöscht. Die Suche nach einer Erklärung führte Lila und Lenny auf eine Reise, die sie tiefer in die Geheimnisse der Astronomie und in die Dunkelheit der Nacht selbst führte. Während einer besonders klaren und dunklen Nacht, als das Schweigen der Welt fast greifbar war, vernahmen sie eine Melodie. Es war, als ob der Kosmos selbst zu ihnen sprach, eine Reihe von Tönen, die sich in perfekter Harmonie zu einer Melodie verbanden, die den Pfad der Sterne beschrieb. Diese nächtliche Musik erfüllte ihre Herzen mit einer Hoffnung, die so alt war wie das Licht der Sterne selbst. Sie wussten, dass ihre Reise sie zu Orten führen würde, die sie sich bisher nur in ihren kühnsten Träumen vorgestellt hatten. Mit der Sternenkarte als Leitfaden und der Melodie der Sterne in ihren Gedanken begannen Lila und Lenny ihre Wanderung. Sie folgten den unsichtbaren Linien am Himmel, die von Stern zu Stern liefen, und entdeckten Zeichen und Wunder, die nur denjenigen offenbart wurden, die den Mut hatten, in die Dunkelheit zu blicken und die Geheimnisse zu suchen, die dort verborgen lagen. Die Reise führte die beiden Freunde zu einem Ort, der von der Welt vergessen worden war, zu den Ruinen eines alten Sternentempels, der einst von einem Volk erbaut wurde, das den Sternen näher stand als irgendein anderes. Inmitten von Säulen, die wie petrifizierte Strahlen des Lichts in den Himmel ragten, fanden sie Hinweise auf den Pfad der Sterne und ein altes Observatorium, das Zeugnis von einer Zeit ablegte, in der die Sterne nicht nur leuchten am Himmel, sondern auch Führer auf den Wegen der Weisheit waren. In den Ruinen entdeckten Lila und Lenny ein Gerät von solch feiner und komplexer Machart, dass es als die Brücke zwischen den Welten bekannt war. Sie erkannten, dass es einst dazu gedient hatte, ein Tor zum Pfad der Sterne zu öffnen, einer Pfad, der direkt in die Weiten des Kosmos führte. Aber es zu aktivieren erforderte mehr als nur den Willen und das Wissen, es erforderte ein Artefakt, das die reine Energie der Sterne kanalisieren konnte. Ihre Suche nach dem Artefakt führte sie zu einem abgeschiedenen Kloster, hoch oben auf einem Berg, wo die Mönche ein Leben der Kontemplation und der Himmelsbeobachtung führten. Das Artefakt, ein Kristall von unbeschreiblicher Schönheit, wurde von den Mönchen als heilig verehrt. Lila und Lenny mussten die Mönche davon überzeugen, dass sie würdig waren, das Artefakt zu nutzen. Mit dem Segen der Mönche und dem Artefakt in ihren Händen kehrten sie zu den Ruinen zurück. Als sie das Artefakt in das Gerät einsetzten, erwachte dieses zum Leben. Ein Strahl aus purem Licht und Energie schoss in den Himmel und zeichnete den Pfad der Sterne nach, so deutlich, als wäre er ein Weg aus Licht, der in den Nachthimmel gemalt wurde. Mit bebenden Herzen und staunenden Augen bereiteten sich Lila und Lenny darauf vor, durch das Tor zu schreiten und den Pfad zu beschreiten, der sie zu den Geheimnissen jenseits der Sterne führen würde. Nachdem sie das Tor geöffnet hatten, fanden sich Lila und Lenny in einem Netz aus leuchtenden Höhlen wieder, die vom Mondlicht erhellt wurden. Die Wände glitzerten mit kristallinen Formationen, die das Licht in tausend Farben brachen. Jede Höhle war ein Spiegelbild des Himmels über ihnen, ein Abbild des Universums in Stein. Sie folgten dem Weg der reflektierenden Lichter, als wären sie Sternschnopen, die sie weiter in die Tiefe des Pfades der Sterne führten. In den Tiefen der Kavernen entdeckten sie alte Inschriften, die von einer vergessenen Sprache erzählten, von einer Zeit, in der die Menschen und Sterne als Nachbarn galten. Mit jeder entzifferten Botschaft lernten Lila und Lenny mehr über das alte Volk, das einst den Pfad der Sterne beschritten hatte, und über ihre Gründe, den Weg in die Weiten des Kosmos zu suchen. Als sie tiefer in die Kavernen vordrangen, begegneten sie den Wächtern der Schwelle, lebendigen Statuen, die mit den Sternenbildern übereinstimmten, die sie von der Sternenkarte kannten. Diese Wächter prüften die Herzen derjenigen, die den Pfad betreten wollten, und nur die mit reinen Absichten konnten passieren. Lila und Lenny mussten ihre wahren Absichten offenbaren und das Vertrauen der Wächter gewinnen. Jenseits der Wächter öffnete sich eine gigantische Kammer, in deren Zentrum eine Brücke aus purem Licht stand. Sie schwang im Rhythmus der Sternenwinde, die durch die Kavernen strichen. Lila und Lenny mussten lernen, sich mit den Winden zu bewegen, um die Brücke zu überqueren und nicht in den endlosen Kosmos abzudriften. Auf der anderen Seite der Brücke fanden sie ein Archiv, in dem die Geschichte des Universums in Form von Licht geschrieben war. Jeder Strahl erzählte eine andere Geschichte, jedes Funkeln verriet ein anderes Geheimnis. Lila und Lenny verbrachten viele Stunden damit, die Geschichten zu lesen und zu lernen, wie das Universum geworden ist, was es ist. In der Mitte des Archivs entdeckten sie ein Instrument, das die Harmonie der Sphären spielte, eine Musik, die die Ordnung des Universums widerspiegelte. Lila und Lenny erkannten, dass Musik eine universelle Sprache war, die nicht nur die Sterne, sondern alle Wesen verbannt. Während sie im Archiv studierten, erschien der Sternenwächter, ein Wesen, das aus lebendigem Licht bestand und das Wissen des Universums hütete. Er erklärte ihnen, dass der Pfad der Sterne nicht nur eine Reise durch den Raum, sondern auch eine Reise durch das Wissen und die Seele war. Mit dem Segen des Sternenwächters und dem Wissen, das sie erworben hatten, kehrten Lila und Lenny zurück zum Tor. Als sie durchtraten, fanden sie sich wieder im Observatorium des alten Astronomen. Sie hatten den Pfad der Sterne beschritten und waren verändert zurückgekehrt, bereichert um Weisheiten, die älter als die Zeit selbst waren, und mit einem neuen Verständnis für ihre Rolle im großen Gefüge des Universums.